Einen wunderbaren guten Morgen alle zusammen. Die Sonne scheint, wir haben einen tollen Handelstag vor uns. Gestern gab es Brexit-Nachrichten. Mal gucken, was der Markt heute draus macht. Heute haben wir die FED auf der Uhr. Auch da wieder gute Möglichkeiten von Impact oder den Reaktionen danach auch zu profitieren. Also heute wieder ein Tag mit ordentlich Fülle an Handelsmöglichkeiten. Da wird es nicht langweilig. Da macht es Spaß, jeden Morgen hier aufzustehen und in die Märkte reinzuschauen. Allen, die hier auch live dabei sind. Rolf, Lutz, Elena, herzliche Grüße hier aus meinem Handelsbüro. Und hallo Holger, grüß dich. Wer eine Frage zu dem einen oder anderen Chart hat, bitte nicht scheu sein. Gleich rein in die Chats entsprechen. Da können wir nachher sehr, sehr gerne auch einfach einmal hineinschauen. Bevor wir in die ganz normale Tagesplanung hineingehen, schauen wir natürlich wie immer auf den obligatorischen Risikohinweis hier an dieser Stelle. Den bitte ich auch gut zur Kenntnis zu nehmen. Und Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFD ist auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Damit rein in die Tagesnachrichten. Holger schreibt, guten Morgen und einen heißen Tag. Naja, ich glaube, temperaturtechnisch sind wir von heiß noch gut und gerne entfernt. Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist. Aber hier bei uns ist schon kalt, frostelig, winterlich. Aber wir können uns ja hier alles schön muckelig warm machen und die Charts zum Einheizen benutzen. Was haben wir heute an wichtigen Nachrichten? Eine wichtige Nachricht aus Deutschland ist schon durch. Ich schaue gerade mal auf die aktuellen Ergebnisse und zwar der GfK Konsumklimaindex in Deutschland. Da war die Prognose 10,3 nach 10,4 im Vormonat. Heute haben wir hier das aktuelle Ergebnis bekommen 10,8. Also besser ausgefallen als erwartet mit Blick auf das Konsumklima in Deutschland hier an dieser Stelle. Was gibt es heute an wichtigen Dingen aus den USA? Wir sehen es hier abgebildet um 14.15 Uhr den ADP-Beschäftigungsindex. 14.30 Uhr gibt es das BIP aus den USA für das vierte Quartal. 16 Uhr gibt es dann die schwebenden Hausverkäufe für den Monat Dezember. Und um 16 Uhr dann das wichtige Thema für alle, die in den Märkten im Rohöl unterwegs ist. Rohöl heute übrigens auch eine unserer Handelsideen. 16.30 Uhr gibt es die Lagerbestände hier an dieser Stelle. André Ali, guten Morgen. Ja, wie geht es weiter hier? Dann natürlich heute im Nachmittagsgeschäft der USA, bei uns natürlich im Abendgeschäft. Wir kriegen um 20 Uhr das FOMC-Statement und den Zinsentscheid der FED. Also all das hier ist wichtig. Und um 20.30 Uhr dann die Pressekonferenz der FED, wo Herr Paul ein paar Worte sagen wird. Zinstechnisch geht man davon aus, dass es keine Erhöhung gibt. Wir sehen das auch hier an den Erwartungen, wo ich mit der Maus gerade bin. 2,5% ist der Zinssatz, 2,5% soll er auch bleiben. Wichtig ist, was Herr Paul erzählt, was wir zwischen den Zeilen lesen können. Das ist das, worauf der Markt entsprechend auch mit wartet. Also hier gut und gerne gute Nachrichten, die wir nutzen können zum Traden. Und damit gehen wir mal rein in die Charts. Was habe ich heute vorbereitet? Vielleicht hat der ein oder andere schon in den Blog hineingeillert. Das ist ja immer gut, wenn man in den Blog vorher auch schon mal reinschaut, weil wir da natürlich frühzeitig auch das ein oder andere AG erkennen können und vielleicht schon den frühen Wurm am Morgen picken können und einen Trade aus der Marktlage ziehen, bevor wir hier über die ganzen Sachen auch sprechen. Also schauen Sie ruhig mal rein in den Blog. Wir schauen jetzt hier in die Charts. Wie schon gesagt, vorbereitet heute WTI, Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar und US-Dollar, türkische Lira. Und wir sehen es hier, wir haben das Öl gerade mit offen. Hier habe ich ein paar Linien eingezeichnet. Soll keine komische Kritzelei sein, sondern einfach nur mal den Fokus auf zwei wichtige Merkmale setzen. Weil zum einen, diejenigen, die gerade auch bei mir in der Ausbildung gewesen sind, die werden das auch wissen, Thema Trendgrößen ineinander fließen von Trendgrößen. Welcher Trend ist der, den ich jetzt handle? Wir haben hier drüben den grünen Aufwärtstrend stehen. Der ist jetzt da, der ist vorhanden. Alles schickt, den kann man gut und gerne zum Traden benutzen. Andererseits Verortung im längeren Verlauf. Und da ist der Markt hier nämlich bei der Marke um die 54, 40 an einer ganz, ganz besonderen Stelle angekommen. Wir blicken mal ganz kurz in den Wochenchart, da wird das Ganze etwas klarer. Hier, schaut euch das mal an. Wir hatten hier diesen massiven Abwärtsschub, dann hier einen kleinen Peak nach unten, nach oben und dann nochmal den zweiten Schub. Das heißt, das Ding hier ist eine Marke, ein markantes Hoch gewesen, was wir hier in diesem Chart gesehen haben. In diesem auch, sag ich mal, trendigen Verlauf nach unten. Das kommt ja noch von einer ganz, ganz anderen Stelle her. Also das heißt, wir sehen ja, wir sind hier direkt vom Hoch gekommen und haben mit dieser massiven Bruchbewegung nach unten hier einige Tiefs aus den Wochen rausgenommen. Und jetzt hat der Markt uns hier einfach mal gezeigt, okay, da oben war mal was. Jetzt sind wir hier wieder. Jetzt kleben wir hier dran. Und da ist es jetzt sehr, sehr interessant zu sehen, was hier passiert. Wenn wir uns mal die Bilder der letzten zwei Wochen anschauen, dann sehen wir gut und gerne, okay, wir kommen jetzt hier oben noch nicht richtig ran. Aber momentan kauft der Markt immer noch von unten wieder nach oben. Das ist ein Bild, das können wir hier nicht wegnehmen. Aber wir sehen es, der Druck nach unten ist immer mal da. Es gibt immer wieder Verkäufe, die den Markt doch deutlich nach unten schieben an der Stelle. Und wenn wir uns so ein bisschen mal die Zahlen aus dem Ölmarkt mit zu Gemüte führen und dort sehen, wie ist denn die letzte Zeit gewesen? Wir hatten letzte Woche einen Anstieg, wir erwarten diese Woche auch wieder einen Anstieg. Also die Nachrichtenlage, die Charts, wenn man sich dieses Bild so zusammenschaut, ich weiß nicht, ob der Markt hier die Dynamik finden kann, einfach nach oben durchzuknallen. Es scheint momentan doch eher schwieriger zu sein, höhere Preise durchzusetzen. Also das ist mal das, was so das Thema der Nachrichtenlage gibt und wie man so das Verhalten oder wie ich persönlich so das Verhalten der Marktakteure hier an dieser Stelle lese. Aber wir wollen ja traden. Und beim Traden ist es jetzt hochinteressant, was hier passiert, weil wir können uns die Dinger ja zunutze machen. Hier oben prallt es immer ab, geht es nach unten. Kann man ja dazu nutzen, wenn die Dynamik reinkommt, mal ein Stück nach unten zu treten. Wenn es oben raus geht, könnte es auch ordentlich knallen. Zack, da könnte man natürlich hier, wenn man diesen Widerstand bricht, antizipiert, okay, es könnte jetzt ein Stück weit höher gehen. Hier haben wir Wochen hoch liegen, sehen wir nachher auch im Tageschat. Ist echt genial. Aber was passiert denn, wenn es hier keinen Baide-Dip mehr gibt, ja, dann haben wir hier eine Marke, dieses Wochentief, das sehen wir auch gleich im Tagesschat. Wenn das gebrochen wird, dann ist dieser Aufwärtstrend auf Tagesbasis weg, Feierabend, technisch gebrochen. Was geht dann? Dann haben wir das Risiko, aber auch gleichzeitig die Chance, je nachdem auf welcher Seite man steht, nach unten zu traden. Das heißt hier unten Richtung dieses Tiefs. Why not? Der Markt gibt uns ja die Möglichkeiten, also können wir das auch tun. An dieser Stelle hier einfach mal reingeschaut, was sehen wir gerade im Tagesschat. Wir sehen hier oben so dieses Hin- und Hergetingel. Wir sehen hier untergeordnet auch wirklich die Abwärtsdynamik, dass der Markt nicht so richtig rein will. Stunde geht schon nach unten, nähert sich hier diesen Korrektur-Tief von diesem grünen Trend, den ich hier eingezeichnet habe, bricht das Teil tatsächlich durch. Das ist dann das Signal. Jetzt geht es wahrscheinlich erst mal weiter nach unten. Die Wahrscheinlichkeiten steigen damit, wenn hier so ein Trend gebrochen wird. Aber wir haben ja auch noch diesen Widerstand, beziehungsweise die Unterstützung. Widerstand oben, Unterstützung unten hält die Unterstützung. Dann könnte es sein, dass wir wieder Attacke nach oben machen. Also wir sehen hier einen Markt in einem großen, großen Spannungsumfeld. Und Sie wissen ja oder ihr wisst, wir können hier an dieser Stelle sehr, sehr gut von solchen Schwankungsumfeldern profitieren. Wir müssen das Ganze nur an unseren eigenen Handelsstil anpassen, an unseren Zeitkontingent und dann können wir das Ganze schön traden. Und das ist ja auch das richtig, richtig Geniale hier bei Tickmill. Wir können hier ja ein Barrel kaufen, ja. Wenn man den Future handelt, den kleinen muss man 500 Barrel bewegen, den großen muss man 1000 Barrel bewegen. Das passt nicht wirklich zu jedem Konto oder man kann sich nicht rein und raus skalieren, wenn die Konten zu klein sind. Aber hier ist der Hammer. Wir können hier ein Barrel Öl kaufen, wir können 10 kaufen. Das, was bei uns passt, zu uns passt und das Ganze sehr, sehr schön von der Portfolio-Strategie hier auch umsetzen. Also genügend Möglichkeiten im WTI. Und damit gehen wir mal zurück in den klassischen Währungsmarkt. Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar ist mir gestern Abend ins Auge gestochen. Und wir sehen auch, das kann man durchaus mal mit auf die Agenda nehmen. Also auch immer mal auch in die kleineren oder Nebenwerte auch schauen. Da gibt es auch immer mal wieder schöne Dinge, die man traden kann. Und was wir hier im Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar im Tagesschart sehen, ist eine interessante Situation in der Top-Bildung hier oben. Ich mache das mal kurz etwas größer hier an dieser Stelle. Und zwar an diesem Markt hier oben sehen wir ja hier, zack, 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 diese drei Hochs, die einfach hier reingelaufen sind in diesen Widerstandsbereich. Das heißt, wir haben ja hier oben diesen Schub nach oben gehabt. Im übergeordneten Bild sieht die Lage jetzt nicht megamäßig bullisch aus. Wir sehen halt hier über diese 0,92, 600 will der Markt nicht so richtig drüber. Er spiked zwar immer mal hoch, aber wir sehen halt, er kommt immer wieder runter. Und wenn wir uns das mal angucken, was hier die letzten beiden Handelstage passiert ist, das riecht schon nach dem Thema. Wer sich das hier anguckt, hier mal Bögen drüber macht, das riecht nach dem Thema, das sieht mir bald aus wie eine SKS in einer kleineren Zeiteinheit. Das ist ja auch ein Kursmuster, was man doch immer mal traden kann. Ich sage mal, ab der Stunde aufwärts macht sich das Ganze häufig doch relativ gut. Und wenn sowas bestätigt wird, dann ist das halt ein Umkehrsignal nach unten hin. Und das zeigt uns den Weg nach unten. Jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was passieren wird. Wir haben sozusagen nach oben hin ja auch jederzeit die Chance, diese Bewegung hier fortzusetzen. Aber es sieht mir dynamisch momentan eher nach unten aus. Das heißt, wenn es doch nach oben geht, müssen wir mal den Blick werfen auf das Tageshoch von gestern, beziehungsweise vom Freitag. Die habe ich hier mal markiert, das wären die Marken von 0,92,741, beziehungsweise 0,92,898. Das Ganze hier mal von den Tops her betrachtet. Läuft das Ganze nach unten? Das gucken wir uns auch gleich in der Stunde an. Was haben wir interessanterweise da? Wir sehen einen Schub nach unten, wäre ohne weiteres möglich hier in dem Bereich auf dieses Tief bei 0,91,75. Beziehungsweise hier haben wir ganz, ganz eng dran noch ein Tagestief liegen bei 0,91,682. Natürlich mittelfristig wird dieser Support-Bereich hier unten, wo der Markt mal reingeschwungen ist und hier einen leichten Boden gebildet, auch interessant auf die Runterseite. Da könnte es Support geben oder der Markt schiebt einfach drunter durch. Markenbereich hier 0,91,250. Und wenn wir dann das Ding wirklich brechen sollten, dann ist der Weg nach unten deutlich frei. Hier unten hatten wir diesen Peak, dieses Tief bei 0,9001. Das haben wir hier weiterhin im Chart liegen. Wenn wir uns das Ganze auf Wochenbasis mal anschauen, dann sehen wir halt auch, da war nicht wirklich viel was aufgehalten hat. Der Markt ist hier runtergepiekst, hat hier diese Tiefs mitgenommen und ist dann einfach wieder hochgedreht. Das Ganze kann natürlich auch in den zweiten Schub einkommen oder ausarten und das haben wir hier als Möglichkeit doch geben. Wie lassen wir uns verraten, was wir machen? Die Wahrscheinlichkeiten, dass wir hier nach unten laufen, die erhöhen sich natürlich, wenn die Stunde weiter runterläuft. Und hier gucken wir mal eben in die Stunde rein und da sehen wir das, was ich gemeint hatte. Wenn wir das ganze Bild hier mal sehen an dieser Stelle, ich mache den Chart mal kurz etwas kleiner, dass wir auch mehr sehen können. Hier im ganz kleinen Bereich, muss man sehen, ob es wirklich diese Aussagekraft hat, aber wir haben hier unten drinnen, ich zeige es euch mal hier. Also, nee Moment, wir machen das mal so. Also hier ist eine Schulter, hier oben ist ein Kopf und hier drüben ist eine zweite Schulter. So, das heißt wir haben hier nach Lesweise eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die wir hier sehen können. Was haben wir noch? Wir haben natürlich oder wir brauchen natürlich die Nackenlinie und da verbinden wir einfach diese Dinge hier unten miteinander. Diese beiden markanten Tiefpunkte und da sehen wir, was hier passiert ist. Ja, zum einen hier haben wir schon einen Abwärtstrend, der nach unten läuft. Dieser Abwärtstrend, der nach unten läuft, hat natürlich diesen Schub hier nach oben schon wieder rausgenommen. Das ist ganz klar. Was ist das hier gewesen? Wir haben jetzt hier diesen, ja sag ich mal, diesen Abwärtstrend hier in der Stunde gebrochen. Hier fließt auch wieder einiges zusammen. Das Ding ist wirklich auch als kurzfristiges Signalgeber gedacht. Aber wenn wir wirklich da drunter fliegen, das ist schon ein markanter Punkt, dann haben wir, wenn wir weiter hier drunter laufen, doch das Gesamtpotenzial nach unten hin weit offen. Das ist die eine Sache. Die zweite ist jetzt die, wir haben hier im kleinen, kurzfristigen Bereich einen Abwärtstrend laufen. Wird das Umkehrmuster, was wir hier oben haben, bestätigt, haben wir die Chancen hier im kleinen Trend auch ein ganzes Stückchen nach unten zu laufen. Also wir sehen hier auch in diesem Währungspark sehr, sehr interessante Möglichkeiten. Wir schauen uns hier diesen letzten Schub mal kurz in den 5 Minuten an, dass wir das mal sehen können. Ich zeichne hier mal eben kurz die letzten Schwünge ein. Das war also die Bewegung im Abwärtstrend und das daneben war die Korrektur. Und das gucken wir uns jetzt mal in den 5 Minuten an, damit wir dieses Umkehrmuster mal kurz sehen können. So, da schaltet er um. Und das ist interessant. Schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier nach oben hin den Weg nach oben. Das heißt, das ist die Korrektur, die wir im Abwärtstrend hatten. Und jetzt haben wir hier schon die erste Bewegung, die diesen Trend hier rausgenommen hat. Wir sind hier unter dieses Tief drunter gelaufen. Hier unter dieser Marke sind wir drunter gelaufen. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass sich das Ganze bestätigt, das heißt hier, das ist die trendbrechende Bewegung gewesen. Das Ganze haben wir hier jetzt als Korrektur. Und wenn sich jetzt hier die 5 Minuten nach unten fortsetzen, dann haben wir interessante Anlaufpunkte. Und zwar allein in den 5 Minuten. Hier an dieser Stelle, hier an dieser Stelle, hier an dieser Stelle, hier an dieser Stelle. Zack, hier unten setzt sich der Stundentrend fort. Das ist doch geil. Wenn man sowas sieht und der Markt bestätigt uns das Ganze hier nach unten, da muss man einfach nur zuschauen. Natürlich am Rechner sitzen und das Ganze dann umsetzen. Also hier auch ein Chart der Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar, der hier uns einiges an Möglichkeiten gibt. Egal in welchem Zeithorizont wir traden möchten. Und damit gehe ich wieder zurück in den Tag und ins zweite Währungspaar für heute. Und zwar US-Dollar, türkische Lira. Da war ja auch letztes Jahr, was da passiert ist, diese riesen Hyperbole, als wir diese, sag ich mal, großen wirtschaftlichen Probleme in der Türkei hatten. Da gab es hier, wir sehen es hier drüben, das ist eine Hyperbole. Und das zeigt uns meistens, da rennt der Markt komplett in eine Richtung. Und irgendwann sind halt keine Käufer mehr da. Und wenn niemand, wirklich niemand mehr kaufen will, Thema Tulpenzwiebelschart, wer das Ganze mal gerne auf YouTube bzw. auf Google mit sich anschauen möchte, also einfach mal prüfen. Tulpenzwiebelschart, irre, was damals los gewesen ist. Da findet man genug Beispiele, auch im deutschen Aktienmarkt. Guckt euch mal die Telekom an. Massenhaft und sowas ist eine Hyperbole und die sieht man auch im Währungsbereich. Und wenn man sowas hat und nicht hier unten dabei war, muss man nicht traurig sein, diesen Schub nach oben verpasst zu haben. Die Gegenbewegung kommt ganz, ganz oft. Ihr müsst nur mal in den Bitcoin gucken. Das ist genau das gleiche Spiel. Bitcoin machen wir hier nicht mehr, bieten wir nicht mehr an. Einfach ist, wie es ist. Aber guckt euch die Charts an. Man kann aus alten Charts so, so, so viel lernen. Weil die Dinge, die passieren, passieren immer und immer wieder. Immer nur auf anderen Bühnen. Das ist ähnlich wie im Theater. Ein Theaterstück wird immer wieder gespielt, oft auf anderen Bühnen. So ist es hier auch im Börsenhandel. Man kann so viel davon lernen. Und wenn man die Dinge sieht, so gut davon profitieren. Hier haben wir jetzt US-Dollar, türkische Lira im Chart. Was haben wir hier? Ganz kurz. Der Widerstandsbereich hier oben um dieses letzte Korrekturhoch. Bei 5,54077 war das hoch. Also wir haben hier oben wirklich einen Widerstandsbereich. Wir sehen auch, der Markt ist hier mal drüber gepiekt. Hat aus rein technischer Sicht, ja, erst einmal einen Aufwärtstrend gebildet. Das muss jetzt nichts bedeuten. Nur weil wir hier kurz drüber gelaufen sind. Aber reine technische Geschichte. Was wir dann allerdings sehen ist, dass der Markt das Niveau hier oben nicht hält. Wir haben hier unten eine leichte Aufwärtstrendlinie. Da ist der Markt schon wieder runtergegangen. Aus technischer Sicht muss natürlich erst einmal diese Marke hier unten, dieses Tief bei 5,19890, das war das Tief hier unten gewesen, gebrochen werden. Dann setzt sich das Ganze fort. Aber wir sehen, wie der Markt hier schon wieder runter schwingt. Wird das Ding hier unten gebrochen? Dann haben wir alle Wahrscheinlichkeiten, dass der Markt diesen Schub nach unten weiter fortsetzen kann. Nächster Anlaufpunkt auf der Unterseite ist dann selbstverständlich hier dieses aktuelle Tief, was wir hier unten haben an der Marke von 5,13070. Beziehungsweise hier unten der Bereich, als diese Hyperbode so richtig, richtig durchgestartet ist. Das ist natürlich ein Support. Der kann einiges an Beachtung finden. Hier können wir auf alle Fälle damit rechnen, wenn der Markt daran läuft, dass er nicht wirklich gleich durchläuft oder aber er geht durch. Aber hier oben, wo wir stehen, kann es uns eigentlich relativ wurscht sein, ob der Markt da unten abprallt oder nicht. Bis dahin haben wir so viel Geld in der Tasche, dass wir wirklich sagen können, da kann man mit einem vernünftigen Positionsmanagement ordentliche Absicherung betreiben. Alles schick, Einstieg muss halt passen, das hier im heutigen Währungspaar US-Dollar, türkische Lira. Nach oben hin natürlich, wenn es zum Abbruch hier, zum Abprall dieser Linie kommt. Wir haben hier haufenweise Tageshochs, beziehungsweise der Weg zum Widerstand ist natürlich auch da. Wenn der Markt nach oben rumtritt und diesen Aufwärtstrend fortsetzen sollte, dann haben wir natürlich auch etwas Upseitpotenzial. Und das Ganze kann man auch mit nutzen. Wir müssen es halt noch spielen, aber aktuell, der Markt hat diese Abwärtstrendlinie gebrochen. Der Trend bricht hier unten drunter. Ja, das sieht mir eher short als long aus, aber lassen wir uns einmal überraschen. So, das zu den heutigen Tagesideen im WTI, Neuseeland-Dollar, Singapur-Tollar und US-Dollar, türkische Lira. Ich hoffe, die ein oder andere Idee war dabei. Wie schon gesagt, gerne auch die ein oder andere Frage zu einem Chart bei mir einfach hier in den Chats abgeben. An dieser Stelle nichts mehr da von meiner Seite her. Ganz lieben Dank für die Zeit. Verbrennt euch nicht die Finger. Wir lesen und hören morgen wieder voneinander im Vorprogramm zum Webinar der Blogeintrag. Und danach um 8.30 Uhr wie immer das Webinar mit denen live besprechen. Und ich habe auch schon das Thema für Freitag, für den edukativen Part. Da schauen wir mal, wie so ein Währungstrade funktioniert. Ich habe nämlich mit einigen jungen Tradern auch mit unterhalten, hier im Rahmen der Ausbildung, die ich gemacht habe. Und da ist mir klar geworden, Mensch, so richtig wissen die gar nicht, wie das Ganze im Hintergrund abläuft. Wie entstehen denn die Kosten? Was ist das Thema mit der Marginleistung und so weiter und so fort. Und da will ich Klarheit schaffen, weil ich wissen möchte, dass oder weil ich sicher gehen möchte, dass Sie, wenn Sie hier traden, auch genau wissen, wie das Geschäft funktioniert. Das muss man im FX-Trading auch wissen, damit man weiß, wie sich das Ganze gut zusammensetzt, die Kostenseite und damit man natürlich auch sinnvolle Preisvergleiche machen kann. Wir waren ja vor kurzem auch auf Broker-Deal in dem Webinar. Da war das Thema Preis natürlich auch eine Regel. Hier schaffen wir am Freitag Klarheit. Also da geht es im edukativen Part. Also in diesem Sinne einen schönen Mittwoch und bis morgen. Tschüss, macht's gut.